Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab April 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Meerbusch. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 31 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 350 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020